Der Weg eines Übertreters ist schwer Damals in den mittleren Jahrhunderten, als dieser große König Ahab an die Macht kam, er lebte von dem Ruf der anderen israelitischen Könige. Ahab selber war eine Art Grenzliniengläubiger. Ich habe ihn oft so verglichen, weil er eine Zeit lang auf dieser Seite des Zaunes war und eine Zeit lang auf der anderen Seite des Zaunes. Bei einem Mann, der so unbeständig ist, weiß man nicht, wo man dran ist. Auch eine Person, die bekennt, ein Christ zu sein und so unbeständig ist, da weiß man nicht, wie man die Person einordnen soll. Heute sind sie ein Christ, morgen weiß man nicht, wo sie sind. Heute in der Gemeinde freuen sie sich, singen und preisen Gott und morgen sind sie draußen, trinken und treiben sich herum. Mit einer solchen Art von Person ist es schwer, etwas anzufangen. Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, da hatten wir einmal ein altes Pferd, das die ganze Zeit über den Zaun springen wollte. Und ich denke, viele von euch Männern in meinem Alter kennen noch die Zeiten der Pferdekutsche. Ich bin viele Male genau diese Straße hier gekommen und selber mit einer Pferdekutsche gefahren. Ich erinnere mich an dieses alte Pferd. Wir haben ihm ein Joch auf den Hals gelegt, wie man es bei einer Kuh macht, um es davon abzuhalten, über den Zaun zu springen. Aber es ist trotzdem gesprungen. Es hat sich gewälzt, bis dieses Joch abging und so sprang er über den Zaun. Ich fragte mich, was für den alten Kerl so eine Anziehung hatte. Nun, er stand so hoch im Klee, aber wollte nach draußen. Dort unten war ein großes Dreckloch, wo wir all unsere Drähte, Glas und Müll hinwarfen. Darin wuchs einiges Wiesenkneuelgras. Und er sprang über den Zaun und ging in dieses Dreckloch, um ein paar Bissen von diesem süßen Kneuelgras zu bekommen. Wir mussten noch ein paar andere Pferde holen, um es aus diesem Dreckloch wieder herauszuziehen. Denn als es dort war, hat es sich in einem Draht verfangen, und als es dort stand, zitterte und blutete es. Nur wegen ein oder zwei Bissen von diesem Kneuelgras, wo es doch fast bis zu den Knien im Klee stand. Ich habe oft an dieses Bild gedacht. Der Weg eines Übertreters ist schwer. Er wollte einfach nicht still dort stehen bleiben, wo er fressen und eine wunderbare Zeit haben konnte, sondern er musste über den Zaun springen, sich verletzen und aufschneiden, nur weil er einen Bissen von einem anderen Gras haben wollte. Nun, so ist es auch mit den Menschen, die über den Zaun von Gottes Weide springen. Glaubt er das nicht? Sie gehen heute raus, kommen wieder herein und haben in der Gemeinde eine wunderbare Zeit, und dann morgen verkaufen sie sich für solch eine Sache. Das macht es sehr schwer. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!